Der Letzte lässt wie immer auf sich warten, oder wie sehr oft. Nicht immer, aber oft. So, und jetzt einmal... Ich bin so ein Idiot. Okay. Shit. Ihr habt mir gedacht gehabt, wenn du schon... ...nicht unbedingt jetzt so... ...dingens viel viel... ...brauchst, ähm... ...einfach nur spielen musst. Dann sind deine Gewinnchancen bei so einer Nummer... ...meist sogar noch höher... ...als, ähm... ...im All Pick. Weil hier hast du eben nur drei Stück, die... ...du auswählen kannst. Und, ähm... ... 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 Inwieweit der jetzt... Ah, wir haben sogar einen Support. Dante's Demon. Hm, interessant. Als ob ich da für einen Skin hätte, ne? Ist schon eindrucksvoll. Moment. Hm, Radebücher, muss ich mal sagen. Ähm, 18, 14, interessant. Ich guck mir die Level mal an und demnach setz ich dann. Weil, 14, 55, 48, ne, 23. 20, 18, 1, 14, 1. Hm. Würde ich doch mal grad sagen. Oh, ich könnte mal einen Guide dafür aktivieren, weil ich den ja nicht... Standard Chaos Knight Safe Lane. Das, was ich spielen will. Genau, das ist der Stun, soweit ich mich erinnere. Da fängt ja mal zu für den Schaden zu. Stimmt, das war ja dieser... Das ist ja so ein... Glücksritter. Ähm. 30 Sekunden, zwei Videogames. 30 Sekunden, reik. Jo, wo war der Dötchen, ne? Hallo, bürst du dich mal? Äh. Okay. Kein Mana, verdammt. Omniq, Hatsache. Omniq, Hatsache. Omniq, Hatsache. Bellesima, omniq, ich werde. Beri verm inde learnish, ok? Bằ ich mir in sharp. Ches, van den Weg? joined Launch. Historien, was Sie frei trois, was Sie zerstört war. Ja, ja. Was Sie ja live? Wollen wir noch mal sehen. Ja, der Trank wäre vielleicht ganz geil gewesen. So, dann kannst du den Kampf ja nicht aufrechterhalten. Ähm... Das Problem ist eben, mit einer 2-8er-Lebensregeneration kannst du schon... Da kann man schon mit arbeiten. Allerdings... Vorsichtig. Vor allem, wenn Wengel da ist. Sie ist zwar nicht so stark, aber... Das, ähm... Ja. Gibt sich dann normalerweise noch. Ähm... Reichweite, ach so. Dazzle ist eben low life. Deswegen hatte ich gerade den falschen Eindruck, dass ich... Jetzt schon besonders stark wäre. Jetzt aber leider nicht so. Rüstungsreduzierung, okay. Oh, das ist gut gegen Medusa. Das ist ein bisschen tricky eigentlich. Ah, nein. Der Geist. Mhm. Hin und wieder ist es doch schön, mit Anfängern zu spielen. Das Problem ist einfach, ich habe zu wenig Mana. Na, das könnte ich auf jeden Fall... Könnte ich auf jeden Fall Probleme bereiten. Hey, ich wollte ihn eigentlich... Naja, was soll's? Eigentlich wollte ich den hinein. Aber gut. Ist ja gut. Stresst doch nicht so. Lass mich noch kurz hier und dann... Omni in der Mitte? Hm, okay. Ah, ach nee, er ist auch da. Tada! Es ist doch schön, mal... ...einen alten Bekannten zu spielen. Ich habe mir ziemlich viel Mana verbracht. Goddammit. So viel Mana. Da ist die Nummer. Rüstungsreduzierung. Dauer 8. Das ist es. Da... Wo ist denn der Top-Part, wo du Geschwindigkeit brauchst? Vier Kills auf unserer Seite. Das ist gut. Entschuldigung. Von Schild und Blatt. Hm. Ach, sind wir in Wort haben sie nicht. Das hat halt wahrscheinlich nur vermutet. Ups So was kann ich So was kann ich Spixel Leg mich doch am Ärmel Fast soweit Scheisse Ups Das ist nicht gut Habt du Heinand Okay Ich hab den Echo-Saber. Ja, ich... Ich konnte ja nichts machen. Ich meine, was hätte ich machen können. Kritischer Treffer und Lebensraub. Tja, zwölf-prozentige Chance. Können wir jetzt rechnen. Das war... Phantasmen. Für den Fall der Völle lieber die Phantasmen. Aha! Da war der Krit mit Lebensraub. Wer halten die eigentlich? Oha, Phantasmen. We'll ride the horsemen. Death shall follow. Ups. Okay. Okay. Jetzt kann ich eigentlich in den Jungle gehen. Ja, ist gut. Komm schon. Komm schon. Ja. Die Thron auf dem Weg. Und da wer hat sich das hingeholt. Oh, da so in der Mitte. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Hm. Hm. So am I... Dassel versuchten. Lord, Schatz und Blades. Ja! Ja! Ich mich jetzt... Ja, ich到 ihr. Schatz zu oben, Schatz zu oben, Schatz zu oben. Ja. Ja. Ich warte deinem Kengan. ja ja nein Läuft einfach dran vorbei. Na komm. Ohohohohohohohohohohoho. Woaa shiit. What the heck? Oh, sie hat keine Ulti mehr. Goddammit. Ah, zählt wohl unter suboptimal. Wollte ich doch mal behaupten. Wollte ich jetzt ein bisschen doof, aber hm. Äh. Sind doof. Gut, wie mache ich das jetzt wieder? Ja. Mann, das Teil wäre natürlich... ...schon krass. ...learn to defend itself. Smash you down! Ich warte genug. Hm? Hm. Ah. Juhu. Wittnerschaden. Wittnerschaden. Hottas von 200%. Das ist alles... ...klein aber feine Problem. Ja, wir haben ein bisschen tatsächlich im Lebensraum, aber hier wäre schon nicht schlecht. ...schlag. 21 Sekunden. Oh Mist. Ja, ist gut. Wittnerschaden. Wenn du sie mal schiebt. Wittnerschaden. Und es ist ein schönes Tag. Oh, das reicht. scheiße der war gut das ist eigentlich der Angriffsschaden um oben schiebt er es doch sonst wo hin 12% im Ernst ich hoffe, dass die Top Tower nicht Teil der Strategie zu haben naja gut 50% Zusatz von Drassman naja Gardein Angel und die nächste Wave dauert noch ein bisschen das ist ein bisschen doof ein bisschen sehr doof ich hoffe, die Phantasmen kriegen zuerst was ab so muss das laufen so muss das laufen ok aaaaah haaah das läuft gar nicht das verpeer ich jetzt nicht gar nicht kein Lebensraum ich habe tatsächlich kein Lebensraum damit wäre aber so viel geholfen aber ich werde nur genau sagen ich nehme keinen Satanics sondern die unter h результат m Oh, 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 oh! Puh, das ist sehr freundlich. Oh na, ich meine eine Mango da gerade geordnet habe. Da wackelt das Bild hier manchmal einfach so. Strange Sache. Oh, okay. Nicht so gut. 15, 16, also bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus. Das heißt aber bei irgendwem anders ist es nicht ganz so gut. Oh, shit. Okay. Once dead attack. Hehehehehe. What the heck? Ich hätte ihn stunnen müssen. Scheiße. Stun, multiply, weh. Aber ich hätte irgendwo zu wenige Leben gehabt. Dämlicher Kurier. Irgendwer hatte den Bestimmt abgestellt. Momentan sieht es noch so aus, als hätten wir mehr Vorschub, aber das kann sich auch ganz schnell ändern, das ist das Problem. So sieht das Ganze doch schon viel, viel besser aus. Mehr Damage, mehr Lebensraub. So, jetzt wäre ich bei Mantra-Style. Weil ich mich da schlussendlich öfter replizieren kann, als öfter Abbilder schaffen kann, als wenn man mein Röhrchen mit der Abbilderzeit von 130. Obwohl meine Abbilder natürlich schon an sich recht stark sind. Von daher... Nein. Wie schafft Luna, sie denn zurückzudringen? Ah, nee, es ist... es ist Axe, okay. Axe ist dabei, alles klar. Ja, alles klar. So, wollen wir doch mal sehen. Okay. Ich könnte ein bisschen schneller sein, ne? Komm schon. Echt gehabt. Stärke kann ich verstehen. Da ist ein bisschen Regen dabei. Okay, Axe ist gestorben. Und Slark ist da. Alles klar. Genau, OG die einzige Möglichkeit. Wo ist er? Wo ist Dazzle? Verdammt. Scheiße. Das war Vingler. Komme ich uns vor? Nehme ich mal an. Hallo? Was ist denn der Käse denn? Lass mir doch mal meinen Kurier. Ach so, Phantasmann. Drei Stück. Oh shit. Ich bin betäubt. Okay, dann nicht. Komm. Ich wurde schon wieder betäubt. Hm. Ah, komm schon. Oh ja, oh ja. Ah, shit, so weit weg. Dang it. Dang it. Ah, ha, 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 ha. Dang it. Sechs, drei, sieben. Da muss bei den anderen nicht viel besser laufen. Zehn bei Templar. Scheiße. Hm. Okay. Okay. Alles gut. Ähm. Wir werden das trotzdem gewinnen, nehme ich doch mal an. da wir ich meine ich kann die meisten fertig machen das stimmt schon ich sollte öfter Chaos Knight spielen so dass ich da mal ein richtiges Konzept für habe das ist nämlich echt ärgerlich wenn es nicht so ist mindestens zwei Phantasmen jetzt habe ich es natürlich versaut aber die sind alle unten nur Elder Titan ist nur Elder Titan war in der Mitte komm schon ihr seid zu zweit wunderbar die wäre aber Ulti abgelassen schade dass man das mit dem Zett da nicht erhöhen kann oh scheinbar ist es okay läuft eigentlich ganz gut komm schon komm schon komm schon ja ja ich bin schon dran ich werde ne Slug schnappen okay okay oh nein oh nein kein Mana rauf verdammt dang it 847 komm ich fast an X ran okay Dazoo hat keine Chance ah Templar hat ein Problem jedes Mal wieder ein Exaktor ein Exaktor dreißer Mörder brauche ich noch mal ein Taster ein okay ah so knapp und ich hätte Slug erwischt hätte ich mir das Mana nicht abgezogen hätte ich den mit dem Stun in die ewigen Jagdgründe geschickt oder am besten noch mit dem Teleport weil der weniger kostet scheiße na okay na okay wir werden das trotzdem gewinnen ich werde mir nicht die Blöße geben und das mit Chaos Knight verlieren ich werde mir nicht die Blöße geben komm schon Nein! Da sind wir behindertes kleines Miststück. Aaaaaah! Wirklich jetzt? Aaaaaah! Fuck! Scheiße! So werden wir das nie, nicht gewinnen. Nicht nie, aber wir werden es nicht gewinnen. Was musste Dazzle ihn auch retten? Der wäre tot gewesen. Einmal anfangen wir. Den anderen fiel zu weit weg. X bewegt sich gerade überhaupt nicht mehr. Aaaaaah! Das ist sowas von überhaupt nicht gut. Ich hätte... Ich hätte ihn haben müssen. Rot. 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 sick. Da ist Braun Medusa. Wir ride the horsemen. Death shall follow. You are still trying to stop the spree here. Ahead Armageddon. Ich weiß nicht, wo... Ich habe gerade blöderweise keine Phantasmen oder sonst irgendwas da. Oh, Scheibenklässer im Ernst. Das Problem ist, Slark ist einfach nicht alleine die ganze Zeit über. Das wäre eigentlich mal wichtig, dass wir den erwischen. Ah, Scheiße. Ah, Scheiße. Wer ist jetzt? Dang it. Dang it. Da ist Medusa. So. Ich hoffe, damit kriege ich sie jetzt. Ansonsten brauche ich noch eine Menge mehr Rüstung. Hallo. Weiter. Ihr geht weiter. Komm schon. Hm. So. 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 Oh my god. Ah. Oh. Oh. Oh hell. ich bin blöd oder was ich bin blöd ab Oh 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 Kein Manner mehr. Oh. Okay. Das ist raus. Wunderbar. 14,5,7. Bitch, please. So. Und dann jetzt. Es ist mir wurscht. Es wird mir empfohlen, warum mache ich das? Ab geht die Luzi. Ohne dassel, sind die ganz schön arm dran. Okay. Medusa kriege ich. Ich glaube, Medusa hat umgedreht. Ich nur um... Alter, da fehlen eine Menge Bäume. Äh... Scheiße. Hätte ich mich nicht eingefroren. Oder versteinert. Die wären so tot gewesen. Die wären beide tot gewesen. Da, da sind doch die Creeps. Jetzt auf geht's. Kommt schon. Ja. 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 Das ist ja wunderbar schwierig. Dann sagen wir uns 19 hoch, wo sind wir. Ah. Oh Gott. Die enemy's top barracks hat fallen. So, gut. Your bottom tower is under attack. Oh, okay. Oh, Hauptsache wir haben das geschafft, ja die barracks zu zerlegen. Sind sie auf jeden Fall voll in der Defense. Oh, hätte Medusa mich nur nicht da... Ah. Ich meinte, dass da halt eingesetzt werden, äh... Während... Sie da... Dings... Wäre das glaube ich verflogen. Alter, ist da ja so ein bisschen... Krass drauf, was das angeht. Ich muss einfach mit Slug aufpassen. Richtiger Schuss. War da gerade ein Kind im Hintergrund? War da wirklich gerade ein Kind im Hintergrund? Tja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, so spicy war. Das ist das so schön. Dave, ich werde die. Okay. Scheiße, hier ist schon wieder Hier ist schon wieder Oh, shit, 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 shit Shit, meine Fresse Das war knapp Nope Ah, dang it Oh, wer wurde da reingeswappt? Ach, Axe ist das mit seinem Schlag jedes Mal Okay Regen Wunderbar So, Regen läuft immer noch, coolerweise Einfach, weil ich So viel, äh, ins Leben habe Okay Oh, ich bin schon drei Ich bin drei ausgewichen Krass Habe ich nicht erwartet Die letzten Barracks fehlen, ja So, mit ein paar wenigen Phantasmen Oh, wir sind auf allen Schlag immer zu dritten Das sehen sie nicht Scheiße, Mann Sie kriegt das jedes Mal wieder hin Oh, jedes Mal kriegt diese verdammte Medusa's hin und nicht unzerniefen Ich glaube es einfach nicht Hm Das ist nice Hilft definitiv gegen Schlag Oh, shit Ich hasse es, ey Alter So unglaublich krass Das heißt, dass Medusa das einfach Dass sie das einfach so hinkriegt Alle meine Phantasmen Oh, mein sick Da muss ich echt aufpassen Alle Phantasmen Alle Illusionen Zehn Sekunden für Omni So knapp Nein, wir haben Mega Creeps Nein, wir haben Mega Creeps Die kümmern sich gar nicht drum Ist das krass Das ist so krass Verdammt Boah, ich hätte gern mehr Kills gehabt noch Aber Was zur Hölle Achso, Rasha Oh, man Danke dafür Und ja, wieder einen Rundbetrag Auf dem Konto Oh, was hat der bekommen Oh, nice Mirana, ne Spiel ich nicht so unbedingt Häufig Aber Hübsch Wirklich Wirklich hübsch Wirklich hübsch Gut, klasse Das War mein Nächster Sieg In der Reihe Jetzt muss ich natürlich Eine Sekunde Ja, Phantom Lancer By Least Blade Genau Ja, das ist cool Nur vier Niederlagen auf der Liste Langsam wird das echt 84 Mh 42 Da fehlen mir noch Acht Stück Bis ich hinkomme 16 Bis ich equal bin, glaube ich Wenn meine Rechnung stimmt Naja Gut Wir sehen uns dann in der nächsten Runde Ciao